Wir sind hier im Hotel Miramar im kuartischen Opatia. Es besteht aus verschiedenen Villen, die hier rundherum angesiedelt sind. Mit Zimmern, mit Wellnessbereich, mit Restaurant. Und hier vorne haben wir dann die Villa Nummer 5. Das ist die originale Villa. Und hier unten haben wir noch einen Swimmingpool beheizt. Und das Highlight der eigenen Felsfranz direkt am Nieder. Ja. 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 Ja.